Also mein Name ist Anna Kreil, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich bin 37 Jahre und Internistin, sowohl im niedergelassenen Bereich tätig, als auch in Wien in einem öffentlichen Krankenhaus. Mein weiterer Schwerpunkt kommt von dem Interesse des öffentlichen Gesundheitswesens, liegt in Prävention, Gesundheitswesen und umweltassoziierte Gesundheitsschäden. Soviel zu mir. Warum bin ich hier? Ich habe bei den letzten Wahlgängen auf der Wahlliste immer verzweifelt nach Alternativen gesucht, nicht immer nur das kleinste Übel wählen zu müssen und habe diese Alternativen nicht gefunden. Deswegen habe ich mich entschlossen, mit und bei NEOS, sowohl im Vorstand als auch im fachlichen Bereich, für die nächste Nationalratswahl mit dem Schwerpunkt Wertschätzung und Lösungsorientierung, diese Alternative mitzuschaffen. Meine Schwerpunkte liegen im sozialen Bereich, wobei das sehr, sehr komplexe Themen sind. Das kann man nicht jetzt als einzelne politische Themen betrachten, sondern es geht im Grunde genommen darum, wie wir in der Gesellschaft mit unseren alten, zukünftigen Pensionisten, kranken Kindern, Migranten umgehen. Was planen wir? Wie schaut die Zukunft unserer Kinder und Enkel aus? Und ich würde mich sehr freuen, von Ihnen und von euch für diesen Bereich, um den Nationalrat vertreten zu können und Unterstützung zu bekommen. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.